Innere Verpflichtung Freie Übersetzung eines Kapitels aus dem Buch Leaders from Darkness unto the Light von Swami Chidananda. Swami Chidananda fängt an und sagt Sei verpflichtet, fühle dich verpflichtet, verpflichte dich. Auf dem spirituellen Weg ist es wichtig, dass du dich wirklich innerlich verpflichtest, den Weg zu gehen. You must be committed to the spiritual path. Sentimentalität reicht nicht aus. Hingabe reicht nicht aus. Sogar Sehnsucht reicht nicht aus. Innere Verpflichtung ist wichtig. Commitment, wirklich dich dem spirituellen Weg zu widmen, das ist wichtig. Es sollte diese tiefe innere Verpflichtung geben. Diese tiefe Verpflichtung, ein bestimmtes Lebensweg zu gehen, ein bestimmtes Ziel zu verfolgen, einem bestimmten Ideal zu folgen und dieses Ideal wirklich umzusetzen und bei diesem Ideal zu bleiben, was auch immer es kosten möge. Du brauchst eine klare, eine definitive, ein unzweideutiger innere Verpflichtung. Die innere Verpflichtung, den spirituellen Weg zu gehen und dieser feste Entschluss muss ernsthaft sein, intensiv, kraftvoll. Wenn du diese innere Verpflichtung hast, wirst du alle Hindernisse überwinden. Du wirst in der Lage sein, alle Konfrontationen, alle Kräfte zu überwinden. So wirst du in der Lage sein, über alle Hindernisse hinauszuwachsen. Du brauchst die innere Verpflichtung. Du musst dich ganz dem spirituellen Weg widmen. Nur so kommst du voran. Diese innere Verpflichtung ist die Seele des spirituellen Lebens. Innere Verpflichtung ist die Seele der Hingabe an das Ideal. Innere Verpflichtung ist letztlich eine göttliche Kraft. Sie ist stärker. Sie ist eine feste Basis, unerschütterlich. Innere Verpflichtung ist das, was du wirklich brauchst. Es mag sein, dass du andere Verpflichtungen auch hast und dass du dich gegenüber kleineren Dingen verpflichtet fühlst. Vielleicht gedankenlos, dumm, geistlos. Aber wenn du diesen Verpflichtungen folgst, dann wird der spirituelle Weg schwächer. Dein spiritueller Fortschritt wird aufhören. Du wirst stillstehen. Innere Verpflichtungen gegenüber kleineren Dingen wird wie ein Gewicht an deinem Fuß hängen, wird wie ein Hindernis sein. Lass das nicht zu. Lass dich nicht gefangen setzen. Halte, schüttle die Ketten ab. Innere Verpflichtung gegenüber kleineren Dingen hat schlimme Konsequenzen. Sei dir dessen bewusst. Halte diese höhere Verpflichtung aufrecht. Fühle dich vollkommen committed auf dem spirituellen Weg. Und wieder gilt es, vom Herzen Introspektion zu betreiben, dir bewusst werden. Gehe ich wirklich den spirituellen Weg? Gehe ich ihn gut? Es braucht immer wieder Untersuchung deines Herzens. Ein Gefangener, der in einer kleinen Zelle ist, braucht keine Selbstkontrolle auszuführen. Er bekommt sowieso nur das, was ihm zugeteilt wird. Wenn du nichts bekommen kannst, dann sieht es so aus, als ob du Selbstdisziplin üben kannst. Aber wenn alle Möglichkeiten dir offen stehen, dann wirst du so schnell weggezogen vom spirituellen Weg. Daher, du brauchst die innere Selbstverpflichtung, den spirituellen Weg zu gehen und keinen Versuchungen zum Opfer zu fallen. Es heißt, no pain, no gain. Ohne Fleiß kein Preis. Es ist nicht so einfach, die Freiheit zu erlangen. Du erlangst diese Freiheit nicht einfach, indem du tust, was du so denkst und was du spürst und fühlst. Es gilt mit festem Entschluss, dich dem spirituellen Weg zu widmen. Selbstkontrolle ist Stärke. In den Upanishaden findest du, dieser Atman, dieses Selbst, wird nicht erreicht von jemand ohne Stärke, von jemandem ohne Askese, von jemandem ohne Selbstbeherrschung. Es braucht Selbstuntersuchung. Es braucht Introspektion. Wenn du das Höchste erreichen willst, dann musst du diesem auch wirklich verpflichtet sein. Sei dem Höchsten gegenüber verpflichtet. Du magst kleinere Verpflichtungen haben im Alltag. Du magst dich den verschiedenen kleineren Dingen auch widmen. Aber was auch immer du auf Verpflichtungen hast, was auch immer du dich kümmern musst, bringe alles unter das Oberthema der höchsten Verpflichtung, der höchsten Widmung. Was auch immer du sonst am Tag tust, mache es auch und besonders für das Höchste. Mache nichts, was dir nicht hilft, zum Höchsten weiterzukommen. Und egal, was du tust, siehe es als Teil des spirituellen Weges und verpflichtet dich innerlich, den spirituellen Weg zu gehen. Lasst uns also nochmals bewusst die drei Dinge überlegen, nachdenken, vor unsere Augen führen, die notwendig sind auf dem spirituellen Weg. Und zwar ist das die Selbstkontrolle, die Reinheit und die Wahrhaftigkeit. Selbstkontrolle, Reinheit und Wahrhaftigkeit. Darum geht es. Und wenn man will, noch ein viertes Prinzip. Mitgefühl und Freundlichkeit zu allen Wesen. Überlege, hast du Mitgefühl und Freundlichkeit zu allen Wesen? Verpflichte dich innerlich, das zu entwickeln. Hast du Selbstkontrolle? Verpflichte dich dazu, Selbstkontrolle zu üben. Hast du Reinheit in Gedanken, Wort und Tat? Verpflichte dich innerlich, das zu praktizieren. Bist du wahrhaftig? Verpflichte dich, wahrhaftig zu sein. Wenn du diese starke Verpflichtung hast und diese innere Verpflichtung, diese innere Verantwortungsgefühl, wenn du dich diesen Idealen mit ganzem Herzen widmest, dann wirst du in diesem Leben die Gottverwirklichung erreichen. Das verspricht uns Swami Chidananda und Swami Vishnu und Swami Shivananda. Und Swami Chidananda verspricht es uns besonders in dem Kapitel You must be committed in dem Buch Lead us from darkness unto the light eine Niederschrift von Vorträgen, die Swami Chidananda gehalten hat. Mein Name, Sukadev von www.yoga-vidya.de Körn